Ein Zaubertrick. Ich habe einen Zauberbüffel und der kommt in den Zauberhut. Und hier ist eine Kiste. Und der Zauberwürfel kommt jetzt in die Zauberkiste und jetzt zauber ich den Würfel von hier zurück in den Hut. Und eins, zwei, drei. Weg. Was? Die andere Tür, die ist kein Problem. Moment. Hopp. Die ist kein Problem. Weg. Ja, auch hier. Weg. Weg. Da. Aha. Kein Problem. Moment. Nein, nicht da. Und auch nicht hier. Und auch nicht hier. Und auch nicht da. So nenne ich ihr. Magic. Das ist ein Zauberbüffel.